Also Eva, ich weiß aber gar nicht, wie ich das so richtig sagen soll. Ich komme schon so lange bei der ich meinte. Und beim Kaffee trinken, kriegt man auch noch Appetiten und ein bisschen Essen. Und ich merke jetzt mit mir, wir haben ja noch im Leben schon zu allerhand mitgemacht. Und da und eigentlich sind wir auch schon so ein bisschen zwischen knusprig und zäh. Und da dachte ich dann, wird es aber doch noch mal so langsam Zeit, dass ich das mal sah. Gucken wir mal, ich meine, dass euch vielleicht etwas übrig haben. Ich meine, das war es nicht. Und wenn du mich auch so klein bisschen maßt, soll man nicht aus Kronbeeren ins selbe Stück setzen? Können wir machen, gell? Danke. Danke. Danke.